Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu React. Heute starten wir mit Redux. Redux ist eine Library, die man on top von React haben kann, aber nicht muss. Und es macht definitiv Sinn, bei Projekten, die zumindest nicht ganz klein sind, Redux zu benutzen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die ganzen State-Probleme, die wir hatten. Normalerweise ist das ja so... Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute mich tatsächlich schon länger verfolgen. Ich dachte, ich gehe mal wieder back to the roots und zeichne hier ein bisschen was mit Paint, weil das einfach sehr viel Spaß macht. Aber es ist wirklich nur sehr rudimentär. Grundsätzlich ist es so, wir haben hier oben eine Komponente. Das ist die oberste Komponente, unsere Chef-Komponente sozusagen, unsere App. Und die speichert sich natürlich den State. Ich nenne ihn hier einfach mal S. So, da drin liegen ja aber noch mehr Komponenten. Und die sind ähnlich aufgebaut wie eine Baumstruktur. Also wir haben hier zum Beispiel sowas wie eine Unterkomponente und noch eine Unterkomponente. Für eine sehr einfache App. Und die haben auch nochmal alle einen Zustand. So, und die können auch wiederum alle Unterkomponenten haben und so weiter und so fort. Ja, ich zeichne die jetzt hier nicht fort. Der Baum kann beliebig groß werden. So, jetzt ist natürlich das große Problem, wenn die sich alle den Zustand speichern und alle wollen irgendwas im Zustand verändern. Dann haben wir auf kurz oder lang das Problem, dass wir ja die Zustände irgendwie teilen müssen. So, deswegen speichert man sich häufig nur noch hier oben eine Art Superzustand, wenn man so möchte. Und dieser Superzustand wird dann in jeder Unterkomponenten verändert. Denn nehmen wir mal an, ich habe hier unten meinen Usernamen und den kann ich hier natürlich verändern. Hier drüben habe ich aber auch den Usernamen. Die müssen ja gleich sein. Ja, diese beiden Usernamen hier. Das heißt, wenn ich hier in dieser Komponente zum Beispiel einen Button drücke und mich auslogge, dann muss das für alle Komponenten gelten. Das heißt, ich muss das hier im Endeffekt wieder nach oben propagieren, diese Informationen. Diese Informationen. So, und auf kurz oder lang habe ich hier drüben eine riesige Reihe an möglichen Aktionen, die man machen kann. Und die beeinflussen alle meinen Zustand. Und der wiederum beeinflusst meine ganzen Komponenten, welche wiederum angeklickt werden können und meinen Zustand beeinflussen. Auf kurz oder lang wird das sehr, sehr kompliziert. Denn, ja, ich kann natürlich sehr viele Komponenten und sehr viele States haben. Und nur drei oder von mir aus auch irgendwie vier plus drei, also sieben States beziehungsweise Komponenten zu haben, ist eher eine kleine Applikation, wenn wir mal ehrlich sind. Normalerweise, wenn wir alles in eine Page schreiben wollen, was wir ja tun wollen mit React, dann wird das relativ riesig werden. Und dieses relativ riesig lässt sich nur noch sehr schlecht verwalten. Und hier kommt Redux ins Spiel. Ihr könnt euch Redux so vorstellen wie ein gigantischer Superstate, der eben alles verwaltet. Jetzt sieht das Ganze so aus. Wir haben hier eine Aktion A. Diese Aktion A verändert etwas über eine Funktion F. Also, man nennt sie auch Dispatcher, aber ich nenne sie jetzt hier einfach mal für Funktion eben F. Diese Funktion verändert dann eben den Zustand, beziehungsweise den Redux-Zustand, wenn man so möchte. Deswegen hier ein R. Und am Ende verändern wir da drüber die Komponenten. Denn die Komponenten werden ja neu gezeichnet, automatisch von React, wenn wir irgendwo was im Zustand ändern. Und Redux oder Redux ist eigentlich der ganz normale Zustand. So, das ist quasi das Grundprinzip von Redux. Und vereinfacht gesagt jetzt. Wir werden uns das natürlich noch im Code angucken. Da fangen wir einfach ganz kurz an. Und wir setzen eine völlig neue App auf. Also, ein neues Projekt. Weil wir natürlich hier das Ganze unabhängig machen wollen. Ihr kennt meine Videos. Die sollen möglichst für sich selbst jeweils stehen. Also, die Serien zwar nicht, aber wenn wir jetzt mit einem neuen Thema, mit einem großen neuen Thema anfangen, wäre das schon ganz sinnvoll. So, wir öffnen hier mal ganz kurz PowerShell. Und jetzt haben wir mit Create React App ja gearbeitet. React App. So, hier gab es jetzt einige Änderungen bei Create React App von Version 4 auf Version 5. Die ist noch gar nicht mal so lange draußen. Ähm, gerade sind es, glaube ich, irgendwie ein paar Wochen auf jeden Fall nur. Ähm, und da wurde jetzt gesagt, hey, wir wollen bitte keine globalen Installationen mehr erlauben. Die sind nicht ganz so geil. Ähm, warum auch immer. Also, grundsätzlich sind globale Installationen nicht ganz so angenehm, finden viele. Und, ähm, deswegen werden die nicht mehr unterstützt. Deswegen, was ihr als erstes machen müsst, ist npm uninstall minus g Create React App. Damit deinstalliert ihr jegliche globale Installation von Create React App, falls ihr noch welche habt. Anschließend, damit die auch wirklich auch bei NPX verschwinden, ähm, habt ihr noch ein Clear NPX Cache. Also, das braucht ihr nur machen, wenn ihr die Videos von mir davor gemacht habt. Ähm, damit habt ihr sozusagen alles erstmal rausgelöscht, was da passiert ist. Und, dann könnt ihr ganz einfach hier sagen, hey, macht doch mal direkt bitte ein Create React App, ohne es davor zu installieren. Create React App. Und habt jetzt hier natürlich die Möglichkeit, das zu nennen, wie ihr wollt. Ich nenne es jetzt mal Redux Tutorial. Und, äh, führt das einfach aus. Create React App ist jetzt natürlich nicht installiert. Deswegen wird es natürlich, äh, von vornherein einfach noch installiert. Wir installieren das, wir starten das und wir createn die neue App. Und, also, über Create React App. Ähm, ihr könnt natürlich auch einfach from scratch anfangen. Das geht bei, ähm, bei React ja ganz gut. Ähm, und Redux ist im Endeffekt eine, eine Library, die man on top installieren kann. Ich zeige euch gleich noch, wie sich das da mit Create React App unterscheidet. Ähm, aber wir wollen das mal ganz kurz zumindest so fertig machen. Und zwar der Grund, warum wir immer Create React App benutzen ist, es sind einfach wirklich sehr viele professionelle Entwickler hinter diesem ganzen Kram dran. Und wenn wir das alles von uns aus irgendwie verwalten müssen, dann ist das einfach sehr viel mehr Aufwand, als wenn wir jetzt einfach diese fertige Installation dann am Ende verwenden. So, äh, mit Create React App, das was wir gerade gemacht haben, haben wir noch keinen Redux dabei. Deswegen geben wir hier nochmal her und löschen das Ganze. Wenn wir Redux dazu wollen, dann brauchen wir nämlich hier, ähm, Create React App Redux Tutorial minus minus Template. Ups, Template. Und hier könnt ihr euch aussuchen, ähm, und zwar zwischen zwei Templates. Es gibt natürlich einmal das Redux-Template und es gibt das TypeScript-Redux-Template. Ähm, das TypeScript-Redux-Template arbeitet natürlich mit TypeScript, das andere ohne. Ja, das ist so ein bisschen, ähm, der, der Grundsatz davon. Ähm, ich weiß, dass, also ich persönlich arbeite lieber mit TypeScript. Und übrigens, ähm, für die Leute mit Hooks versus Klassen, es ist beides eine legitime Option. Ihr könnt mit Klassen arbeiten, ihr könnt mit Hooks arbeiten. Ich werde euch Hooks hier auch noch vorstellen. Aber, ähm, grundsätzlich, TypeScript ist eine angenehmere Variante. Aber ich gehe einfach davon aus, dass nicht alle Leute TypeScript können, aber dass alle Leute zumindest mal JavaScript können. Deswegen werden wir hier das ganz normale Redux verwenden. Ähm, aber es unterscheidet sich auch nicht allzu viel. Wir können auch noch gerne, falls ihr das wollt, einen Blick ins TypeScript reinwerfen. Ähm, aber an sich ist das, äh, wirklich nicht viel, ähm, Unterschied da drinnen. So, und damit haben wir es grob schon mal aufgesetzt. Jetzt öffne ich mal ganz kurz die IDE. Und wir sehen, was wir hier alles haben, beziehungsweise was wir alles gebraucht haben. Ähm, und zwar, wir haben einige Skripte schon von Anfang an. Wir haben npm-Start, wir haben npm-Test, ähm, wo dann auch mit Jest das Ganze wieder gelauncht wird. Wir haben npm-Run-Build, npm-Run-Eject, würde ich nicht machen. Ähm, wie gesagt, das macht quasi den ganzen, ähm, Ja, im Endeffekt, ihr könnt es mal an einem Testprojekt ausprobieren. Dann habt ihr so eine Übersicht, was da alles im Hintergrund für euch passiert. Aber ich würde es nicht machen. Ähm, ihr braucht eigentlich nur Start, wenn ihr es entwickeln wollt. Dann habt ihr es auf Localhost oder Run-Build. Und Test natürlich, wenn ihr die Tests laufen lassen wollt. So, ähm, wir gucken immer ganz kurz in die Package-Json rein. Und sehen hier, React ist dabei, React-Dom ist dabei, React-Redux ist dabei. Und React-Scripts sind dabei. Ähm, und ja, wir haben hier diese vier Standarddinger. Ähm, ich mache jetzt hier einfach mal den React-Start-Button. Und dann haben wir hier oben auch schon direkt in unserer IDE alles fertig eingerichtet. Und den Deployment-Server am Laufen. Ein GitHub, äh, ein Git-Repository ist auch natürlich initialisiert worden. Und, tada, das ist unsere Redux-App. Die ein kleines bisschen anders aussieht. Also, React-Redux-App. Aber, ähm, ja, da sind natürlich auch schon einige, ähm, Beispiele dabei. Add-Amount. So, das heißt, wir können hier quasi auch Sachen reinmachen. Und so weiter und so fort. Cool. Also, soweit zum Setup. Soweit auch, wie ihr das Ganze am besten aufsetzen könnt. Ähm, so fangen wir quasi an. Und jetzt wollen wir uns natürlich angucken, was genau unterscheidet eigentlich Redux von dem normalen React. Und das machen wir ab dem nächsten Video. Bis dann. Ciao.